Was mit dem Flammbot? Ach, ich muss ja. Flammbot, genau. Wir sind bei Wafflet ready. Wafflet ready. Hat auch scheiße leer. Ja, sind wir nur vier. Ja. Der hätt mal auch mal so'n Team-Ding spielen können. Wenn wir eh bloß vier sind. Ja. Boah. Wie hier, Heinrich. Wenn wir die Waren ausmeißen von Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Endlich sagt er. 3, 2, 1, Brawl! Musst du mal schnell ne Waffe ziehen. Oh. Hat er mich gut ausgeplayt. Ich geh nicht rein, ne? Ja. Holden. Geht auf den Faktiker an. Der geht dazu also auf den Sack, ey. Ich geh da rüber mit Tom. Au. Alter. Komm mal hier rein. Ja. Jetzt geht's noch gut. Geht. Hey, Digga. Ich bin nur einmal hinter. Einmal. Ja. Ja, geht. Okay, das war ja. Ich hab nur eine Kanonengugel rausgekriegt. Komm. Willkommen. Nein. Oh nein. Oh nein. Komm mal hier rein. What the fuuuu. Das nimmt einen einfach mit in ne andere Dimension und du bist tot so. Wer wird diesmal mit? Oh. Mir wird der schwer geklaut. Au. Ja. Natürlich. Gebt ihr mir einmal ins Gesicht. Genau in der Mitte durch. Geh. Geh. los, ich bin nicht mehr ernst so zu sagen. Halt mal den dann raus. Nimm dir halten. Ich habe jetzt nicht mehronnen, wie es nicht mehr ist. Ich bin schon die ganze Zeit erst da, aber ist okay. Ja, ich bin ja. Dünn. Das war mein Alter. Krieg mich halt. Warum nicht da, wenn ich selber sterbe? Kennst du das schon, Ben? Alter, ich geh mir so auf den Keks, wisst du das? Auf den doch mal! Ja, bin ich dagegen. Auch mal gewinnen. Mein Goldstein hat gewonnen. Der Flammkuchen ist halt... Du kommst mit der Burren auch gut klar. Ja, aber die Hattori ist herbe krass, Alter. Hast du doch gesehen, dieser eine Move, Alter, da kannst du nichts machen. Der hat halt so eine ewig lange Animation, wo du sie nicht hitten darfst, weil sie sonst klickt sie dich einfach. Es ist super broken. Ja, und ich liebe diese Dinge, wo du an der Seite stehst und dann jemand damit locken kann. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Was ist das hier eigentlich? Ach, nee. Nicht schon direkt mal groß oder was. Ach, nee. Okay, Fistkampf, Fistkampf, okay, komm her. Ja, jetzt machen die halt Fistkampf. Ja, jetzt machen die Fistkampf. Ey, Digga, soll ich den Breaktons? Alter, er wirft mich halt einfach rein. Ey! Du Wichser, Alter, das ist ja... Hör mal auf, mich zu werfen, blöder Stein! Warte mal, warte mal, warte mal, unter rechts ist Fistkampf, okay. Da ist die Fistkampf-Area, sagst du? Ich hab doch hier nur Fäuste, komm! Ich kann meine Fäuste zwar wegwerfen, aber darum geht's doch nicht, oder? Alter, die ganze Map, wie sich bewegt. Oh, lecker, klart von meinem... Hör mal, schlusslich. Komm her, du bist direkt deine kleine Kurve schon. Wer ist eigentlich dieser grüne Ikki, jeder? Ach, ich bin immer grün. Guck mal, dieser Steinmann, ne? Jetzt geht das los, nur weil ich hier die Kills abschlaube. Alter! Das ist so, das ist so. Oh, tschau mal. Mit Engelsflügeln. Du Double-Kill. Ja, und er ist megt ihn. Jetzt sind wir alle weiß. Jawoll. Ich glaube, der Tom hat immer schneller als er. Aber Tom wird jetzt ein Problem haben. Wie schnell können wir jetzt von meiner Alkohäle? Nein. Tom, jetzt deine scheiße Range, egal? Ja? Alter! Ach komm, es fliegt doch raus. Ja, ich möchte das Timing schon mal auftauchen. Was? Kannst du mir auftauchen? Nein, nein, ich sagte schlechtes Timing. Faustkampf? Okay. Guck her, guck her, guck her. Oh fuck. Ich springe raus durch die Gegend. Oh, wir diese Nebschule die ganze Zeit ändern. Alter, wo kommen denn diese blöden Waffen her? Verdient, Alter. Hier unten ein richtiges Faustkampf, Dinger. Ich hab doch Fäuste, was wisst ihr von mir? Ach. Alter! Wo kam das denn her? Geflogen. Das reicht langsam mal. Können wir nicht mal die Engels zu sehen? Ja, die Engels zu sehen. Die Punkte. Es sind immer noch Punkte, ja, aber... Ja, könnte man schon mal tun, aber der macht uns halt... ... die anderen rund. Komm, also sie! Und gebrüllt! Willst du, Fasca? Kämpfe sie ein, kämpfe sie ein! Oh, ist so jemand anderes? Er wirft sie einfach raus, dieser böde Stein. Nein! Nee, jetzt ist doch genug, oder? Nö, nö, nö. Ey! Ja! Ja! Er hat die ganzen Minion gelebt! Verpisst dich! Richtig! Nö... Ich hab' den zweite Kupfler-Kappenchen bestätigt. Oh... Ich bin schnazend... ja klar ja ihr wollt mich alle verarschen alter ich habe witziger als über andere erwischen kann ich dich ich sollte mal aufhören anfangs direkt den stein zu tage ist so der stein wirft die leute raus ist nicht geil